Liebe Gläubige, jetzt sind wir wieder in der Ferien- und Urlaubszeit und ich möchte die Gelegenheit nutzen, Ihnen einfach gute Erholung zu wünschen. Und wenn Sie fortfahren sollten, dann alles Gute und Gottes reichen Segen für Ihre Fahrt, für Ihren Aufenthalt am Urlaubsort und mögen Sie heil wieder nach Hause kommen. Allen, die zu Hause bleiben, natürlich ebenfalls. Gottes reichen Segen in unserer wunderbaren Landschaft im Bistum Passau. Alles Gute für die Ferienzeit und gute Erholung.